Und ja, somit gefiebert mit ihm. Und dann trifft es ihn doch tatsächlich her, weil er stirbt. Über dem Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über dem Bücherrand hinaus. Hoi, du bist hier bei Über dem Bücherrand. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sarah Christen. Die Bücher haben ja unter anderem so etwas Schönes an sich, dass sie Kontext schaffen, Verständnis kreieren und auch Wissen weiter. Das auch bei Kulturen und Gesellschaften. Das kann man natürlich safe über ein informatives Sachbuch machen oder auch über Geschichten von Personen. So nah und emotional erzählt, sodass man in die Kultur eintaucht, in der man sich vielleicht gar nicht so richtig bewegt, aber wirklich ein aufrichtiges Interesse daran hat. Du hast jetzt sicher gerade so an so ein Buch gedacht, das dich mal so geprägt hat. Bei der Sanja Djoric sind es vier sogar, die wir heute kennenlernen. Darum schön bist du da. Hallo. Hallo. Freut mich. Bei uns ist es ja so, dass der Gast das Thema auswählt im Podcast. Wolltest du nochmal so schnell beschreiben, wie du das Thema siehst? Warum du dich für das entschieden hast? Ja, ich habe mich grundsätzlich für das entschieden, weil ich allgemein gerne Bücher lesen von Kulturen, die ich nicht kenne. Und dadurch, dass ich vor allem gerne Roman lesen, gestalte ich das durch das. Also heisst, ich fange einfach als Buch lesen und dann sehe ich schon Sachen, die ich nicht kenne im Alltag. Und das bringen sozusagen fast alle Bücher so mit. Und dann ist es doch auch so, dass ich mich allgemein für Kulturen interessiere und für die Gesellschaft allgemein. Und dann ergänzt sich das eine oder das andere, so wie zum Beispiel beim Titel von Min Jin Lee «Ein einfaches Leben». Ich habe gerne japanische und koreanische Kulturen und das hat sich eher zufällig ergeben, dass das Buch gerade das thematisiert unter anderem. Alles so zusammenfliess und einfach wie so ein neues Zeug erlernbar ist. Genau. Was hast du denn für einen persönlichen Bezug zu Kultur und Identität? Ja, ich bin selber Kroatin und in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Und das ist natürlich immer schon ein wichtiger Bestandteil von mir. Wir haben die Traditionen von zu Hause. Wiederum kennst du dann alles Mögliche von deinen Kollegen und von der Gesellschaft allgemein, die du begisst. Und dann ist es so, dass zwei Welten aufeinander brechen. Und dann muss man sich so ein bisschen wie selber organisieren, was passt, was nicht. Und erleben sozusagen. Also das ist das, was ich von mir sagen kann. Ja, das sind Bücher natürlich dann gleich so eine Erweiterung sozusagen in andere Kulturen und Lernen drin. Genau. Was da auch noch spannend ist, wir kommen gleich darauf zu sprechen, über die vier Bücher, die du heute mitgebracht hast. Alle Geschichten sind ein bisschen heavy. Ja, wenn wir noch schnell über das reden. Ja, ich habe auch schon gerne so ein bisschen dramatische Bücher. Ich finde es mir auch cool, wenn Sachen passieren, wo... Also cool ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es ist eine Geschichte, wenn etwas passiert. Und es ist ein Schicksalsschlag oder so. Und ich muss dann immer etwas verarbeiten. Also es gibt Bücher, die ich manchmal lese und dann bin ich so, ah, das ist jetzt so brutal gewesen. Das muss ich auf die Seite legen. Und dann kann ich es erst in einer Woche wieder in die Hänge nehmen, weil ich das verarbeiten muss, was passiert ist. Weil ich vielleicht halt auf eine Art und Weise sehr mitfühle. Ja, und das ist so ein bisschen... Das ist aber ein Schöner nicht. Es ist so schlimm und schön gleichzeitig, aber wenn ein Buch einem doch so trifft und berührt, dass man einfach so sagt, eben, hey, ich muss jetzt schnell ein bisschen Abstand von dem haben und das schnell mit mir selber ausmachen, was ich mit mir mache. Und dann wieder kannst du darauf einlassen. Ich finde, dann hat man wie etwas, also als Autorin, sehr wahrscheinlich, hoffentlich etwas richtig gemacht. Ja, ich denke es auch. Also, das muss man schaffen, dass man so mitfühlt. Die vier Titel haben Sie offensichtlich geschafft bei dir. Welche vier hast du heute dabei? Ich habe Traumsammler von Khaled Hosseini dabei. Ich habe Min Jin Lee, Ein einfaches Leben. Dschins von Fatma Aydemi und dann meine genialen Freundin von Elena Ferrante. Top. Und wie hast du dich jetzt ausgewählt? Von all diesen Büchern hast du jetzt für dich entschieden? Hat es irgendwie unbewusste oder bewusste Kriterien gegeben? Ganz random, muss ich sagen. Weil ich ja eh schon gerne solche Bücher lese mit anderen Kulturen, hat sich das einfach ergeben, als wir in den Podcasts haben. Da habe ich praktisch fast diese Bücher ausgesucht, die ich eh schon gerne habe. Ja, hoffentlich auch. Ja, genau. Aber es hat sich auch eher so ergeben, weil ich halt so oder so gerne in diesem reintauke. Mega schön. Ich würde sagen, wir fangen mit Traumsammler an, von Khaled Hosseini. Und eine von den Figuren, die dort stattfinden, ist Pari. Und die stellt sich jetzt gerade selber vor. Durch diese Wüste laufen wir schon so lange. Ich, Papa und mein großer Bruder Abdullah. Ich bin Pari und drei Jahre alt. Papa und Abdullah hatten einen Streit, bevor wir losgelaufen sind. Papa wollte nämlich nicht, dass Abdullah mitkommt. Aber Abdullah ist mein Bruder. Und jetzt ist er auch dabei. Aber irgendwas ist komisch. Papa ist so traurig. Und je näher wir bei der Stadt Kabul sind, desto trauriger wird er. Hier in Kabul hat er so viele Menschen. Und man kann auf dem Märkten Essen kaufen. Zu Hause und unserem Dorf haben wir fast nichts zu essen. Vielleicht sind wir deshalb hier. Um Essen zu kaufen. Aber dafür brauchen wir Geld. Und um Geld zu kriegen, müsste Papa erst etwas verkaufen. Aber er hat nicht zu verkaufen. Noch bei nur meinem Bruder. Und mich. Spannende Ausgangslage würde ich sagen, oder? Sehr spannend, ja. Es war ein guter Cliffhanger. Jetzt gerade. Mega. Wichtig ist in diesem Podcast, dass wir noch spoilern. Aber, hey, Traumsammler Khaled Hosseini, wie würdest du die Geschichte hier beschreiben? Was passiert da? Ich würde behaupten, dass es eigentlich schwierig ist, die Geschichte allgemein einfach so zu beschreiben. Weil sie ist sehr in unterschiedlichem Stil allgemein geschrieben im Buch. Es ist sehr Patchwork-artig. Ich denke, wenn man selber das Gefühl hat, man will zu lesen, weil eben die Pari... Darf ich das sagen? Dass sie verkauft wird? Es ist ein bisschen wie am Anfang. Ich weiss nicht. Ja, eigentlich müsste man es sagen. Weil das ist ja die Grundlage... Das ist ja eben. Das ist ja die Grundlage eigentlich, wie die Beziehung von diesen Geschwistern, die ja dann weitergezogen wird. Genau. Ich finde, wir machen es. Es hilft also wirklich. Die Pari wird verkauft. Und zwar an ein Ehepaar, das selber keine Kinder hat. Und das ist die Grundlage dieser Story. Und man hat vielleicht am Anfang das Gefühl, dass nur über das geschrieben wird. Und es wird grundsätzlich schon angehaucht und wie das überhaupt dazu gekommen ist. Aber es ist nicht eine fliessende Story, dass man einfach dann vom einen Punkt zum anderen geht. Weil es wird ganz klar, dass Abdullah und seine Schwester eigentlich unzertrennlich sind am Anfang. Sie sind wie zusammengeschweisst, immer alles zusammen am Machen. Und das ist natürlich ein Riesenbruch in der Familie. Aber die Geschichte selber ist eben so aufgebaut, dass es von verschiedenen Leuten erzählt wird, wieso, was passiert ist und wie sie es gesehen haben. Und darum darf man nicht einfach davon ausgehen, es ist ein Fluss. Sondern man muss davon ausgehen, okay, das wird patchworkartig erzählt. Es ist so wie so ein multiperspektivischer Austausch, finde ich. Und es ist so eine spannende Grundlage, wie Geschwister zueinander stehen und wie sich das entwickelt, obwohl sie voneinander getrennt sind. Und ich bin eben ein Riesen-Khaled Hussaini-Fan. Same. Oder? Ich finde wirklich, egal was er mit seiner Schreibfeder anlangt, es ist einfach so schön geschrieben. Und es zieht dich gerade so mit hinein. Ja. Also einer von den Klassikern von ihm ist ja Drachenläufer. Genau. Und es ist super angeknüpft, also auf diesem Level. Ja, mega, mega. Also finde ich auch, der Kalled Hussaini hat so eine Art zu schreiben, ich weiss nicht, ob das so fast sehr, wie sagt man, schleimig klingt, aber so ein bisschen wie Honig, denke ich es mir. Ich weiss nicht, alles, was er schreibt, ist so ein bisschen geschmeidig. Es ist so fliessend und geschmeidig und obwohl sie eigentlich mega happig ist. Mega, ja. Es gibt ja einige Challenges oder Herausforderungen oder Themen, die in diesem Buch angesprochen werden. Was sind so die, die für dich vor allem so herausgestochen sind? Also die riesen Kluften zwischen den Welten. Also es findet ja alles unter anderem in Afghanistan statt und in den USA unter anderem und dann noch in Frankreich. Und man sieht ja Unterschiede zwischen den Leuten, wie sie erleben und was sie erleben und was das für sie heisst. Und die Charaktere sind ja auch so unterschiedlich. Teilweise wissen sie, okay, es gibt diese Kluft. Ich weiss, dass ich anders bin als sie. Und das ist das, wo man sich vielleicht auch selber nicht immer bewusst ist, wo man herkommt und was das für einen heisst. Dass man so Dinge manchmal auch erst merkt, wenn man doch wirklich noch einmal anders ist gewesen. Und das finde ich, ja, das ist so ein bisschen das. Oh, ich verliere mich einfach so sehr in den Büchern. Es ist mega, mega spannend und mega schön, wie er schreibt. Wir müssen aber weitergehen zum nächsten Buch. Hey, das Nächste, was haben wir da? Wir haben Min Jin Lee, Ein Einfaches Leben, Crazy. Geht das Nächste Happige? Geht das Nächste Happige. Und was geht es dort? Erzähl mal. Grundsätzlich ist es eine Vier-Generationen-Geschichte. So, ganz einfach mal. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so toll an diesem Buch gefunden habe. Man begleitet es sonst schon praktisch von Kindheit, beziehungsweise schon vor ihrer Kindheit, bis eigentlich das ganze Leben. Und das ist für mich das, was man selten in diesem Stil hat, dass man wirklich so alles miterlebt, wie es ihre Familie oder eben die Charaktere so miterleben. Also das ist so, boah, okay, fast wie eine so eine Biografie, die von irgendjemandem lese ich, obwohl es eigentlich Fiction ist. Aber es ist ja auch eine Biografie für so viele Koreaner und Koreanerinnen, die in Japan leben, gell? Ja, ja. Das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich selber, wie schon vorher gesagt, habe gerne japanische und koreanische Kultur. Und das ist wirklich so, dass mich fast überrascht hat. Also ich habe das nie gewusst. Da hat es einen riesengrossen geschichtlichen Teil. Und ich habe nie gewusst, was das für sie alles für einen Einfluss gehabt hat. Also auch die Kriege, die gewesen sind, es spielte ja, es fuhr ja an mit 1910 und dann geht es weiter aufwärts. Und das sind so Sachen, wo man halt auch viel weniger lehrt in unserer Gesellschaft. Ja, in unserer westlichen Kultur. Ja, das ist auch völlig okay. Und aber irgendwie habe ich wirklich so, finde ich dann so gesagt, oh wow, das ist das, was die Leute geprägt hat. Das habe ich nie gewusst. Voll. Also so die japanische Herrschaft von Korea. Und es ist ja nicht so, dass Sunya und ihre Söhne als Einwandererinnen in Japan wohnen und eigentlich wie so in einer Zweiklassengesellschaft leben. Genau. Ja, es wird eigentlich offensichtlich, dass die Japaner, die Koreaner in dem Sinn, vielleicht getötet haben, aber nicht respektiert haben. Und das ist durch verschiedene Ansätze, sieht man das. Und das ist halt wirklich speziell, weil sie haben natürlich müssen gehen wegen dem Krieg, unter anderem, um sich zu schützen. Und haben versucht, sich durch das Leben aufzubauen, ganz normal. So wie sich das alle Familien wünschen, dass sie können friedlich leben. Und haben sich doch durchschlagen mit ganz viel, ich würde auch sagen, Kreativität. Es wird viel auch von Sunya als Frau angeschaut, wie sie in der Gesellschaft durchsteht. Weil die Männer teilweise nicht aus Gründen, die ich jetzt auch nicht spoilern will, nicht alles herbekommen können mit dem Geld. Und damit sie sich ernähren können. Und dann werden sie kreativ sein, sie müssen Sachen verkaufen, durch das Familienleben erhalten und versuchen, durch das Leben durchzukommen. Du bist ja eigentlich über eine recht lustige Geschichte das Buch hergekommen. Ja, genau. Ursprünglich habe ich das Buch gesehen und dann den E-Band gelesen. Und sie heisst Sunja und mein Name ist Sanja. Und ich fand, das klingt mega ähnlich, komm, wir nehmen das. Ich habe tatsächlich zu dieser Zeit sehr wenig asiatische Literatur gelesen, in dem Fall koreanische. Und aber trotzdem überzeugt worden vom Feinsten, ja. Eben so, eigentlich so etwas im Simplen von einem ähnlichen Namen. Wie hat dich das geprägt? Für dich hat es ja mega viele Interessen und Informationen, die du neu gelernt hast. Was hat es mit dir gemacht? Also, was es mit mir gemacht hat, ist noch schwierig zu sagen. Also wirklich die Tatsache, dass ich realisiert habe, also nicht realisiert habe, aber man sieht, okay, die Leute haben auch Geschichten. Die Leute haben etwas durchleben. Ich habe nie gewusst, dass die Koreaner sich zwangsmässig einwandern in Japan und sich dort emigrieren. Das war für mich nicht bekannt. Und das hat mir eigentlich vor allem die Welt aufgemacht. Also die Geschichte von den zwei Ländern. Obwohl ich sonst nicht gross historisch... Also, ja, ich finde die Historie schon sehr interessant, aber ich beziehe mich meistens nicht auf das. Also man sieht, man hört es auch heraus, dass ich eher immer so ein bisschen auf der emotionalen oder dramatischen Ebene bin. Und da ich gerne Mangas beispielsweise habe und das von Japan kommt, wiederum auch sehr gerne K-Pop habe. Völlig zwei verschiedene Welten. Und trotzdem haben sie irgendeine Hintergründe, die... ...die für dich einfach auch mega spannend und erweiternd sind. Ja, genau. Ich liebe es, dass du K-Pop und Mangas gerne hast und bei diesem Buch gelandet bist. Es ist schmeld. Ja, es ist etwas völlig anderes. Es ist auch... Ich finde, es ist auch ein einfaches Leben. Also es ist ja auf Englisch eigentlich Pashinko. Finde ich noch sehr interessant, dass man das dann anders umbenennt hat, weil Pashinko sehr wichtig ist in diesem Buch. Mit den ganzen Geldautomaten und Spöautomaten, die dort aufgekommen sind. Ich kann gerade sagen, also Pashinko ist ja eigentlich ein koreanisches, koreanisches Glücksspielautomat sozusagen. Wo ja dann auch sehr repräsentativ ist, so wie das Leben oder das Glück sich anwenden. Ja, genau. Ja, ich hätte jetzt einfach so den Pashinko lachen lassen. Eigentlich ja, aber ich finde doch auch, dass der Titel mega passt, weil durch diesen Titel... Zum Schluss am Ende musste ich sagen, hey, das ist eigentlich schon so gewesen, weil... Ein einfaches Leben, es wird wirklich ein Leben erzählt. Ja. Und das war für mich dann so, okay, ja, das ist das Leben. Es passieren so viele Sachen, die man nicht erwartet. So viele Sachen, die Schicksalsschläge sind, aber die jeder Mensch durchlebt. Also das ist etwas, was jeder hat. Ja. Es ist nie einfach alles nur wundervoll. Und super nice. Ja, und ich finde, das hat es eigentlich zeigen können. Mit allen Höhen und Tiefen. Genau. Das gilt dann auch für das nächste Buch. Das ist eins, wo ich das Gefühl habe, viele den Sommer angetroffen haben. Das ist das mit dem violetten E-Band, dem schwarz dick gedruckten Geschrift, die Schins von Fatma Aydemir. Genau. Wieso hast du das mitgenommen? Wow, also es ist eine Familie, die in Deutschland lebt, der türkische. Und ich finde schon immer diesen Standpunkt sehr interessant. Ich bin eben eine kroatische Familie in der Schweiz. Und es gibt wirklich Tatsache, es sind wirklich Sachen, die ich einfach nachvollziehen kann. Man ist in einem Land, wo man unter anderem andere Kulturen sieht. Also wir sind nicht nur Kroatien, es gibt ja auch alles Mögliche. Wir haben so viele verschiedene Kulturen hier. Und das lernt man dann, mit ihnen umzugehen. Man lernt auch für sich selber, mit dem Ganzen umzugehen. Und in diesem Buch wird das, finde ich, super auch thematisiert. Das ist die Family. Der Hussein, ganz am Anfang, der Vater der Familie. Das ist auch jetzt gerade ein kleiner Spoiler, aber es ist auch gerade ganz am Anfang. Er freut sich, dass er in die Pension kann und in die Türkei kann zurückgehen, auf Istanbul. Und ja, somit gefiebert mit ihm. Er hat sich eine Wohnung gekauft und war happy gewesen. Und er hat sich vorgestellt, wie er seine Frau zurückbringt. Und wie er dann mit seiner Frau in der Pension kann sein. Und dann trifft es ihn doch tatsächlich her, weil er stirbt. Er hat einen Herzinfarkt. Und das ist erst mal so, boah, okay, was heisst das jetzt? Aber eigentlich aufgrund von dem passiert dann die Geschichte. Die ganze Familie versammelt sich dann in der Türkei. Alle sind noch in Deutschland. Und haben eigentlich natürlich erwartet, dass sie dann mit dem Papi in der Wohnung sind. Oder er kann die Ferien verbringen oder die Mami dann zurückkommen. Was auch immer sie sich vorgestellt haben, ist nicht passiert. Sie mussten hergehen, um ihn zu beerdigen. Genau. Und das wird ja wie so erzählt, unter anderem aus der Perspektive von den vier Kindern. Und aber auch von der Mutter. Genau. Hey, also eben, das Buch hat mich überall antroffen, jetzt den vergangenen Sommer. Und ich verstehe es so fest, dass das so viele Leute abgeholt und gelesen haben. Es ist überall über persönliche Buchempfehlungen an einem hingetragen worden. Ja, völlig verständlich, völlig zu Recht. Also wirklich, ich habe es geliebt, die verschiedenen Perspektiven von Geschwisterten zu lesen. Es ist wirklich so, wir kennen es alle. Es hat nicht einmal an sich, etwas mit Kultur zu tun, denke ich. Es ist jedes Geschwisterte anders. Jedes Geschwisterte auf dieser Welt geht anders mit dem Leben um und wie es sieht und was akzeptiert und was nicht. Und ich habe es wirklich mega cool gefunden, diese Geschwisterte zu lesen. Ich habe auch drei Geschwisterte, also wir sind auch das Vierte, höch wie sie im Buch. Ich kann zwar nicht sagen, dass irgendjemand ähnlich ist wie jemand aus dem Buch, aber es ist so, man fühlt mit. Man hat diese Geschwisterte, die miteinander mithalten und sich irgendwie versuchen, durch das Leben zu finden und miteinander umzugehen. Und ich habe es einfach mega toll gefunden, dass man wirklich auch jede Perspektive sieht. Und man hat es gelesen, so richtig in einem Fluss. Mega. Und es ist also die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Meine Eltern haben einen Bezug zu diesem Land. Und ich habe schon auch irgendwie einen Bezug, aber eigentlich wohne ich viel mehr in diesem anderen Land. In dem Land, wo ich aber wohne, werde ich trotzdem aufgrund von der anderen Herkunft eigentlich noch diskriminiert. Und muss auch mit dem das aushandeln und auskämpfen. Und jetzt gehen meine Eltern aber zurück. Was bedeutet das für mich? Und wie stehe ich zu diesem Allem? Es sind so mega viele existenzielle Fragen, die man sich stellt und alle irgendwie anders damit umgehen oder andere Auswirkungen davon hatten im Leben. Ja, genau. Also es ist wirklich crazy. Also ich finde es wirklich auch crazy. Eben, das kann ich wirklich nachvollziehen. Ich habe es auch, vielleicht ist blöd gesagt, witzig ein bisschen ein falsches Wort, aber ich habe es schon witzig gefunden. Sie sind alle wegen der Beerdigung dorthin und sie sind alle leicht von den Kindern ein bisschen lost gewesen. Ja. So, was heisst das für mich? Was muss ich jetzt machen? Ja. All die Traditionen, alles auf Sachen, die man nicht Bock hat, weil man gerade auf eine Art und Weise dann auch von der Family, von der Verwandtschaft oder von der Bekannten dort judged wird, auf eine Art und Weise. Und das habe ich witzig gefunden, weil es ist tatsächlich so. Man lernt gewisse Sachen einfach nicht, weil man nicht dort aufgewachsen ist und man kann einem, dem kann man nicht gerecht werden. Und das habe ich so klein können, ich kann auch nachvollziehen. Weil man kennt es meistens so. Oh ja, ich weiss, man macht es so, aber man muss es doch vielleicht auch noch anders machen. Und das ist so, ich glaube, so die Norm für alle, die ausgewandert sind und dann wieder irgendwie zurückgehen. Es hat mega etwas mit dir gemacht, das Buch. Einfach jetzt dich so zu sehen und wie du redest und smilest und nachdenklich wirst, das hat dich richtig geprägt. Ja, also ich muss wirklich sagen, aber auch die Familienkonstruktion sowieso. Ich habe auch eine ganz enge Beziehung mit meiner Familie und das verstehe ich. Es ist wirklich immer wieder lustig, weil ich habe auch ganz viele Verwandtschaften in der Schweiz und auch unter anderem in Kroatien. Und man sieht die Unterschieden. Also das ist aber schon auch lustig teilweise, wie man anders ist halt. Das Buch ist ja eben, wir haben es vorhin schon besprochen, bei dir als Empfehlung gelandet. Das ist bei mir als Empfehlung gelandet. Wem würdest du weiter empfehlen? Wer soll das Buch lesen? Alle, die ein bisschen auch Verständnis aufbringen wollen für Leute, die ausgewandert sind. Also ein bisschen sehen, was das heisst für einen. Ein mega spannendes Buch, das mega prägend ist. Und ich glaube auch das letzte Buch, das dich auch sehr geprägt hat. Das letzte Buch ist meine geniale Freundin. Genau, von Elena Ferrante. Vielleicht eine kurze Vorstory. Ich wollte das zuerst gar nicht helfen, weil es ein Serienband ist. Es sind insgesamt vier Bücher. Und zu dieser Zeit gab es Elena Ferrante Fever. Und ich bin dann ganz angesteckt worden, habe das Fever bekommen. Und das Buch selber ist wirklich meine geniale Freundin. Sie sagt eigentlich schon, worum es geht. Es geht um die Person, also es erzählt Elena selber. Wo im Buch vor allem Lenou genannt wird, von ihren Mitmenschen. Und sie erzählt von ihrer besten Kollegin. Oder wenn man sagen, beste Kollegin. Vielleicht ist es auch nicht die beste Kollegin. Weil wir finden doch, dass sie eine sehr spezielle Beziehung zueinander haben. Und es fängt eigentlich mit dem Vorwort an, dass der Sohn von der besten Kollegin anruft und sagt, dass sie verschwunden ist. Also die beste Kollegin heisst Raffaella. Ja, aber sie wird von der Lenou Lila genannt. Und er ist völlig schockiert und weiss nicht, was machen, weil sie sein Mami im Mumen ist. Und sie ist aber völlig gewappnet und sagt, sie hat das schon immer gewusst, dass das passieren wird, weil sie das erzählt hat. Also Lila selber hat immer gesagt, dass sie sich irgendwann auflösen will. Und es ist ein sehr spannender Anfang. Du hast jetzt wirklich so einen Cliffhanger auch wieder geschaffen, du nach und nach. Genau. Ja. Und da ist auch das Buch wirklich ein Leben von Elena, das man dort lesen. Genau. Das spielt ja in Neapel. Mega nahe in Neapel. Und du hast ja eher so eine Fäbe für italienische Autoren und Autorinnen. Genau, ja. Ich habe sehr gerne italienische Autoren und Autorinnen. Wahrscheinlich, weil sie sehr viel Dramatik reinbringen. Es ist wirklich nie langweilig. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen überspitzt, aber das ist das, was ich gerne habe. Es ist so ein bisschen völlig schockierend, was passiert oder auch das Temperament, das sie haben. Und in diesem Buch selber, meine geniale Freundin, da ist auch viel Gewalt rum. Es ist zu einer Zeit gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das habe ich tatsächlich noch einmal gelesen aus Interpretation, dass es vielleicht noch speziell ist, dass in dieser Zeit nach dem Weltkrieg die Leute noch gewalttätiger waren. Verständlich. Und es ist wirklich so, dass in diesem Buch ganz viel die Fäuste und Steine geschossen werden. Und so Dinge, die ich nicht kenne. Und dann bist du so, wow, was passiert da? Und es sind dann Kiddos auf der Strasse, die sich irgendwie aus irgendeinem Grund streiten. Und dann greift man zu einem Stein und schiesst jemandem entgegen und so Dinge. Und das ist einfach brutal. Aber das ist dann auch eine Geschichte, die mich irgendwie fesselt. Also es ist dann etwas völlig anderes. Und ich finde, gerade eben, wir haben es von italienischen Autoren gehabt, sie bringen es irgendwie immer dazu, dass im ganzen Drama, das es gibt, und alles, was so schicksalhaft ist, doch irgendetwas drin ist, wo man dann sich fühlt, wie wenn man irgendwo am Meer ist oder irgendjemand einer Strasse entlangläuft. Ja, das schaffen sie irgendwie immer. Und es wird dann so Feminismus und so Frauenfreundschaften behandelt, was ich auch mega spannend finde. Und eben, das Buch ist ja eigentlich recht lange nicht behandelt worden. Man hat es sowieso gar nicht auf der Liste gehabt. Und dann ist das Elena Ferrante Fever ausgebrochen. Kannst du mir schnell erklären, was das war für die, die es nicht wissen? Das Elena Ferrante Fever? Man wollte einfach nicht aufhören lesen. Man hat angefangen, man ist in die Geschichte reingetaucht und man hat das Gefühl gehabt, ich muss weiterlesen. Und dann hat man das nächste Buch gekauft und das nächste und das nächste. Und dann hat man nochmals erwartet, bis das letzte kommt. Und es ist einfach so... Es nimmt einen. Es hat dann auch so gepackt. Du hast jetzt so mega viel emotionale, nähe, spannende, identitätsstiftende Bücher mitgebracht, wo man dann noch über andere Kulturen etwas lernt. Die prägen einen, behaupte ich, ist meine These. Wie ist das bei dir? Was hast du da für dich so mitgenommen? Wie hat das dich als Person, die ja viele Bücher liest, so geschärft und prägt? Ich glaube, prägend ist es in dem Sinne, dass es mir einfach wirklich Kulturen näher bringt, wo ich sie weniger kenne und auch mehr Verständnis für gerade andere Leute, weil sie es anders machen, weil sie es auf ihre Art machen. Und das ist auch etwas, was ich halt einfach kenne. Man hat Kollegen aus allen möglichen Kulturen und das kennt man dann auch von dort irgendwie und dann kann man das noch nachvollziehen und man die Verbindungen wirklich auch setzen und dann passiert so ein ganzes Bild. Man denkt dann so, okay, ja, ich kenne es noch von dort irgendwie teilweise und prägend ist es für mich vor allem für das Verständnis für andere Leute im Allgemeinen. Hey, ich habe es mega spannend gefunden, diese vier Bücher noch einmal kennenzulernen durch dich durch. Darum danke viel, vielmals hast du sie mitgebracht. Wirklich, also bei mir sind jetzt noch ein paar auf der Liste gelandet, zum Lesen. Ich hoffe, bei euch auch. Hey, das war es von uns, bei über dem Bücherrand. Noch einmal vielen, vielen Mal bist du da gewesen, Anja. Das hat mich ja gekriegt. Und euch wünsche ich bis zum nächsten Mal eine schöne Leserzeit und bis bald. Über dem Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfussli.ch und auf orelfussli.ch